Ich freue mich, dass ich wieder ein sehr innovatives und zukunftsorientiertes Projekt heute präsentieren kann. Nach schwierigen Wochen und Monaten in der Einschränkung unserer Tätigkeit und vor allem aber auch in der Meisterung der Daseinsvorsorge während der Covid-19-Pandemie. Es hat sich aber auch gezeigt, dass gerade in Krisenzeiten die virtuelle Mobilität einen großen Stellwert haben wird. Und damit wir diese 5G-Lizenzen, diese neue Technologie zukunftsorientiert umsetzen können, freut es mich, dass wir zwei versierte Partner gefunden haben. Regionale Partner, auch wenn ich so sagen darf, nämlich mit der Firma Nokia und mit der Firma MS-CNS, die in Graz auch situiert ist. Ich freue mich, dass wir gerade auf diesem Wege virtuell uns noch offensiver und aktiver sehen und treffen können. Alles Gute! Wir haben uns 2018 beschäftigt mit Mobilfunk, haben den Bewerbungsprozess gestartet und können nach einem sehr aufwendigen und intensiven Bewerbungsprozess mit heutigem Tag das zum Abschluss bringen und sagen, wir haben uns im Mobilfunk für den Partner Nokia entschieden, ein europäischer Hersteller, der uns begleitet für die Digitalisierung der Stadt und unsere Gewerbekunden und für den Bau der Mobilfunkantennen, Platzierung der Antennen, Akquise der Antennen und Betrieb dieser Standorte ein Regionalpartner der Firma MS-CNS aus Seiersberg. Europäischer Partner im Mobilfunk, regionaler Partner im Bau. Gemeinsam werden wir die Stadt Graz und das Umland mit Mobilfunk versorgen. Die Stadt Graz ist in dieser Hinsicht wirklich sehr innovativ unterwegs, ist eine der ersten Städte, die diese Projekte vorantreibt und die neuen Technologien nutzen möchte. Und als europäischer Partner freuen wir uns sehr, dass wir das gemeinsam mit der Stadt machen dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020